Herzlich willkommen, willkommen, willkommen zum Einjährigen am Startplatz. Ich freue mich auch, dass unser Vorhaben Startplatz so gut angenommen worden ist. Aber wir haben noch in einem Jahr einiges bewegt hier. Ich hoffe, dass das glücklich ist, dass ein schöner Abend wird. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Der Sieger startet in wenigen Sekunden. Das war ein neues Team. Es waren auch alle sehr kreativ. Es war auch gar nicht so einfach. Ich habe selber mitgespielt. Und haben mit 30 Schlägen hier das Turnier gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an Tim Weiler und an Erik Küller. Ich würde sagen, Musik ab, Party geht los. Ich hoffe, es wurde geholfen. Das war's. Ich hoffe, es war's. Ich hoffe, es war's.